Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Unterrichtswoche. Wir wollen direkt loslegen. Ihr wisst eigentlich schon den Ablauf und es geht direkt los mit der Atemübung. Legt eine Hand auf Bauch und Rücken, tief einatmen und auf S ausatmen. Auf S. Und noch ein F. Und immer wieder gut kontrollieren, dass wirklich nicht nach hier oben geatmet wird, in den Brustbereich, sondern ins Zweigfell mit der Zweigfellatmung. Dabei kommt Rücken und Bauch heraus. Wir gehen direkt auf das Mundstück, die zweite Atemübung. Mundstück in den Mund stecken, tief einatmen, wieder Zweigfellatmung auf, ausatmen, einatmen. Immer gleich nachatmen. Gut, dann können wir schon aufs Mundstück gehen. Mundstück richtig rumdrehen. Denkt dran, auf die Lippen auflegen. Keine Anstrengung, Lippen geschlossen. Ganz gucken, dass der Schlitz ganz klein ist, wo die Luft durchgeht. Und dann die Luft drauf geben, dann funktioniert das automatisch. Gleich noch einmal. Kleine Bewegungen jetzt erzeugen auf dem Mundstück mit der Luft. Mehr Gas geben, ist höherer Ton, weniger Gas wieder. Tieferer Ton. Wegnehmen. Keine Anstrengung, wirklich locker dabei bleiben, dass der Ton schön ist. Wir gehen auf die Trompete. Haltung, denkt dran, wie man hier reingreift. Den Ringfinger durch den Ring. Zwei Finger umgreifen. Bei der anderen Hand bitte noch einmal gut kontrollieren, dass hier dieses Rohr entsteht, was man umfasst. Und der Daumen unter das zweite Ventil. Bitte immer kontrollieren, ist wichtig. Wir blasen Töne an und auf Null geht es mit dem Ton C los. Drei Mal. Eins, zwei, drei. Und Und gleich nochmal. Und auf die Lippen. Das gleiche im zweiten Ventil gedrückt. Und Ganz entspannt die Lippen. Und wieder auf Null. Und wieder auf Null. Eins, zwei, drei. Eins, drei. Zwei, drei. Immer absetzen und eins, zwei. Ja, so locker sollte es jetzt gehen. Immer kleine Pausen zwischendrin machen. Und wir machen jetzt auf den Drückern, die ich euch vorsage, einen Rhythmus, der geht. Jam, bam, 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 bam. Das werdet ihr schnell lernen. Wir fangen auf Null an. Da ist der Ton noch ein bisschen tiefer. Und ich begleite euch dazu noch auf dem Keyboard. Mit Null geht es los. Eins, zwei, drei, und... Das gleiche macht ihr auf eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, und... Und das gleiche auf eins, drei. Eins, zwei, drei, und... Und das letzte noch auf zwei, drei. Eins, zwei, drei, und... Soweit für heute. Wenn ihr diese Töne bis zur nächsten Woche super könnt, dann starten wir auch mit dem ersten richtigen Lied in der nächsten Unterrichtswoche. Danke, viel Spaß beim Üben, bis nächste Woche. Nun, danke. U cavalierenschön. sporting magazines Alle seht 에는 ę